Moin Moin, ich bin Uwe Karsten Reinsch, Verkäufer von der Firma Jetschke Industriefahrzeuge. Wir sind heute zu Gast beim Port of Kiel. Hier sehen wir die neueste Gabelstapler-Generation der Firma Linde, den Elektrostapler der X-Reihe, in den Tonnagen 2, 2,5, 3 und 3,5 Tonnen. Hier haben wir das Beste aus zwei Welten. Das Kraftvolle vom Verbrenner und die Dynamik und die Flexibilität und Sauberkeit vom Elektrostapler. Das Ergebnis nennt sich Linde-Elektrostapler X-35. Selbstverständlich vereint der Linde X-35 die Vorteile eines Linde-Verbrennungsstaplers der Baureihe 1202, sprich die komfortable Kabine, das Mastsystem und die Botenfreiheit. Um die optimale Verfügbarkeit herzustellen, kann man das Fahrzeug ganz einfach am Heck laden. Kommen wir nun zum Herzstück des Linde X-35. Die Lithium-Ion-Batterie sichert mir hohe Energieeffizienz im Gegensatz zu einer herkömmlichen Bleisäurebatterie. Mehr Schichteinsätze, lange Strecken und große Steigungen. Nichts bringt den neuen Linde-Elektrostapler X-35 ins Schwitzen. Durch sein Wärmemanagement, durch Wasserkühlung werden die Leistungsteile und das Hydrauliköl immer optimal temperiert. Bei dem Linde X-35 handelt es sich um ein Kraftpaket, mit dem man Rampenverladung oder Containerverladung mühelos machen kann. und bei dem Linde X-35 haben wir gehen.